Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich eine Gans. Das wollte ich immer schon mal sein. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Aber das mache ich nur, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich kann wiggeln. Wiggel, wiggel, wiggel. Du, 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 du. Look at that booty. Ich bin nicht so eine. Bitte abonniert mich. Willkommen zu einem neuen Video und komplett im neuen Setup. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich bin nicht mehr in Deutschland. Wir spielen jetzt heute Gans Simulator. Ich bin gespannt. Los geht's. Und ich wollte schon immer meine Goose sein. Ich mag Enten nämlich eigentlich nicht. Zum Schnattern Space drücken. Oh, süß. Oh nein. Oh, das ist ja voll cute. Guck mal, wie süß. Oh, scheiße, ist das süß. Was ist denn da? Oh, ich kann auch rennen. Oh nein, es ist einfach in so vielen Ebenen süß. Oh, guck mal, wie ich mich neige. Hm, schon mal so ein Booty gesehen, Alter. Oh, ich kann es nehmen. Oh, das ist so süß. Jetzt kann ich auf Fahrrad fahren. Oh man, es ist so süß, wie sie läuft einfach. Voll glücklich. So einfach unbeschwert. Genauso wie ich. Und das kann ich bestimmt öffnen hier. Warte, ich mit euch. Und jetzt? Ach, ist das da unten oder wie? Was ist so anglotzt? Ah, ja, tatsächlich. Ach ja. Oh, das hat mich jetzt fast erwischt, ne? X halten, um die Flügelchen zu schlügen. Oh, jetzt haben wir es geschafft. Fertig, danke fürs Zuschauen, Leute. Mein Spaß. Aber ich finde es einfach so. Oh, Essen. Ich liebe Essen. Mir ist es anschaut. Gibt es hier irgendeinen Hund, der vielleicht Bock auf ein Sandwich hat? Äh, wie war nochmal rennen? Ich habe Rennen vergessen. Egal, wir solzieren einfach ganz sexy über die Perücke. Like a model. Was ist überhaupt meine Aufgabe? Okay, hier komme ich bestimmt nicht durch. Ja, ich glaube, ich bin ganz traurig. Ach, hier kann ich rennen mit meinem Sandwich. Looking at that cutie booty. Swiggydy-swoosie. Coming for your booty. Da kann ich doch bestimmt Bullshit machen. Ah. Ach, da ist ein Typ. Ich habe dich nass gemacht. Hilfe, ich muss laufen. Lauf, er kommt. Hilfe, Hilfe. Hilfe, ich kann nicht laufen. Hast du es, wenn er mich erwischt? Soll ich mal hingehen? Hallo. Ich liebe dich. Hilfe. This is for you. I get a Sandwich. Möchtest du es haben? Take it, man. Geh in den Garten. Das kann ich gern machen. Dann gehe ich in den Garten und ich hole mir meine Möhre. Blau dem Gärtner seine Schlüssel. Soll ich denn das schaffen? Wo sind denn die überhaupt? Ach, da dran. Wie kriege ich denn die scheiß Schlüssel da weg? Lass mich an deinen Booty gehen. Hilfe. Hau ab. Hey, was geht? Verpiss dich. Ah nein, ich will die Schlüssel. Nein, er nimmt sie wieder. Jetzt genau geht es zum Topf und ich gramp mir die Dreckschlüssel weg. Dö, 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 dö. Wiggle, wiggle, wiggle. Dö, dö, dö. Okay, ich habe sie geklaut. So, bring dem Gärtner dazu, seinen Sonnenhut zu tragen. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Seinen Sonnenhut. Habe ich irgendwie einen Fetisch oder so? Manchmal ist es nicht, dass er aber auch nicht genervt ist von der. Der toleriert das einfach voll. Es hat einfach nicht juckt, was ich hier mache, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich den dazu bringen soll, dass er sein scheiß Sonnenhut hat. Ach, ich muss ihn wahrscheinlich wegnehmen, wenn er sich bückt. Werter Recke! Ich fürchte dein Gestell ausmuchten. Was gibt es denn noch für Aufgaben? Wirf den Recken in den Teich. Wo ist denn der Teich? Ich kann den Recken nicht mal... nicht mal Graham. Ich glaube, sie meinen das. Okay. Das war es wohl nicht. Was sind das eigentlich für beschissene Aufgaben? Ich fände es viel geiler, wie ich zlicke dem Typen in den Hintern. Ich kann das nicht nehmen. Hilfe, ich steck fest! Hilf mir mal, ich steck fest, Kollege! Kollege! Hilfe, nein! 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 Das sieht nicht so aus! Das sieht nicht so aus, wie es aussieht. Lauf doch! Nein! Lass den Recken los! Ich sag's dir! Der sieht einfach so bescheuert aus, als ich da mache. Lalalala! Ist er überhaupt nicht laut? Lalalalalala! Werter Recke! Ich habe ihren Recken und werde ihn ins Wasser schmeißen. So. Was soll das eigentlich? Bring er... Okay, dann mach ein Picknick. Bring auf die Picknick-Decke Sandwich, Apfel, Kübis, Karotte. Ach, wie süß! Ich muss ein Picknick machen! Ein Picknick. Ist das romantisch oder ist das romantisch? Oh, so Leute, ganz romantisch. Ein Picknick. Wir laufen weiter und dann droppen wir das hier einfach ganz romantisch. Lass es los! Flup! And rip it! Flup! So. Jetzt brauchen wir noch einen Kürbis. Ich glaube, eine Karotte brauchen wir auch, oder? Komm, wenn schon. Wenn wir schon hier sind, dann nehmen wir das auch mit. Dankeschön. Ich würde die braten, die Gans. Ein Sandwich? Die Sandwich liegt doch da, Mann. Oder fehlt das andere Stück auch noch? Oh nein! Sag bloß, das andere Sandwich-Stück fehlt auch noch. Äh, wo habe ich denn das hingetan? Oh nein! Ja, wieso sagt mir denn noch keiner, was ist hier? Ah, da liegt es ja. Das ist mein Sandwich. Flup! So. Jetzt kommt noch Marmelade, die Thermoskanne in Radio. Komm, wir holen uns jetzt erstmal das Radio. Voll süß, dass sie sich da ein kleines Picknick macht. Ich möchte das haben. So. Oh, das ist voll süß, Mann! Wie oft habe ich süß gesagt? Schon viel zu oft. So, jetzt holen wir noch unseren Kürbis. Nein, hol nicht... Nein, der holt das Radio zurück! Du holst es nicht zurück! Das ist mein Radio, verpiss dich! Oh nein, ich habe es kaputt gemacht! Okay, wir holen das Radio am Ende. Ich hol jetzt erstmal einen Kürbis. La, 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 la. Disco, Disco, Partisan. So, jetzt fehlt noch eine Marmelade. Hätt ich gerne Marmelade? Nein. Nein. Ja. Nein. Nein, ja. Ja. Nein. Ja. Ja. Marmelade! Ich liebe Marmelade. Nein. Dieser nette alte Mann holt sich sein Hab und Gut zurück, welches ich ihm gestohlen habe. Es tut mir sehr leid. Das ist meine Marmelade. Meine Lady Marmelade. Hast du nichts zu scheißen oder was? Arsch, ich hasse den. Vielleicht muss ich den immer wieder ein bisschen stressen mit Tätigkeiten, die ich mache. Wie zum Beispiel hier. Beziehungsweise muss ich eigentlich einfach nur alles klauen und denen die ganze Zeit nerven. Ich mache jetzt mal ganz viel Scheiße, der alles so richtig schön aufräumen muss. Da habe ich nämlich in Ruhe Zeit, die ganze Kacke hier in Ruhe zu klauen. Ich nehme, glaube ich, mal die Gießkanne weg. Die scheint ihm ja sehr viel wert zu sein. Jetzt verstehe ich es. Ich muss dem ganz viel klauen, damit der mir nicht mal ein Picknick zerstört. So ein Picknick ist ja auch nicht einfach, Leute. Nein. Oh Gott, er dreht voll durch. Das war die Marmelade. Das war, glaube ich, zu viel. Oh, oh, er holt sich wieder irgendeinen Shit, oder? Was holt er sich jetzt? Ja, dann nimm dir halt den Kürbis. Ich tue den anderen wieder hinlegen. So, jetzt muss ich nochmal irgendwas anderes machen, um ihn zu stressen. Das ist gar nicht so einfach, Leute, das Spiel, wie es aussieht. Nein, 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 oh mein Gott. Oh, er ist schneller. Oh, kacke, er ist schneller. Gib mir jetzt endlich die scheiß Thermoskammer, Alter. Schnell ins Wasser, da kann er nicht hinterher. Ah, er kommt hinterher. Oh, verpiss dich. Mann. Ja, genau. Such den Schuh, such die Recke. Such irgendetwas. So, jetzt schnell weg hier. Oh Gott, es ist schwer, ein Picknick zu machen. Nie mehr wieder so. Es fehlt nur noch ein Radio, Leute. Das holen wir jetzt jetzt einfach. Oh, oh, nicht, dass er sich wieder irgendwas holt jetzt von mir. Wo ist der Arsch? Der holt sich jetzt schon wieder irgendeine Scheiße, oder? Ah, gut. Komm schon, Mann. Nimm das verkackte Radio jetzt. Drop den Shit. Ja, Mann. Ich habe es geschafft. Was? Neue Aufgaben? Bring den Gärtner dazu, sich mit dem Hammer auf den Daumen zu schlagen. Bitte was? Wie soll denn das funktionieren? Ach, da oben ist ein Hammer. Der möchte sich das aufstellen jetzt. Der möchte nicht mehr, dass ich jetzt da bin. Mal gucken, ob er es aufbaut. Er müsste es ja theoretisch aufbauen. Ah, vielleicht macht er es jetzt. Ah, jetzt. Okay. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn er, bevor er draufhaut, muss ich. Okay. Hä? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Oh, yeah, Leute. Next Level. Bring den Gärtner dazu. Den hätte ich auch nicht machen, dass ich in die Eier haut. Ja, Leute. Ich habe das nächste Level erreicht. Juhu. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ab einer gewissen Anzahl machen wir mal 5000 Daumen. Gibt es eine weitere Folge, spielt mir das nächste Level. Gibt mir gerne Tipps, bitte. Ich bin noch voll der Noob. Und dann sage ich wie immer, ade mit E. Es war einfach nur schee. Ich liebe sie. So, und jetzt verpisst euch.